Was ist der Data Encryption Standard? Allerdings ist es so, dass der Algorithmus heutzutage als unsicher gilt, aber nicht wegen Designschwächen, sondern weil die Rechenleistung seit den 70er Jahren bis heute sehr stark zugenommen hat und man damit alle möglichen Schlüssel, die es geben kann, ausprobieren kann. Er ist eng verwandt mit den symmetrischen Verfahren, die man heute noch anwendet und insofern macht es noch Sinn, sich weiterhin mit diesem Algorithmus zu beschäftigen. Er wurde 2002 ersetzt durch den Advanced Encryption Standard. Die Unsicherheit des DRS-Algorithmus wurde nach und nach immer offensichtlicher. Insbesondere 1998 entwickelte die Electronic Frontier Foundation, eine Bürgerrechtsorganisation aus den USA, eine Spezialhardware, um das DRS zu brechen. Für 250.000 Dollar wurden da 29 doppelseitige Boards, wie man das hier jetzt auf der Abbildung hier auf der rechten Seite sieht, speziell entwickelt und die enthielten jeweils spezielle Deep Crack Chips. Und so wurden die DNS-Schlüssel quasi alle ausprobiert und dann innerhalb von weniger Tage konnte das DRS dann gebrochen werden. Also dies war eine wesentliche Demonstration, um zu zeigen, dass das DRS heutzutage unsicher ist. Inzwischen gab es noch weitere Projekte wie Copacobana, die gezeigt haben, dass das inzwischen auch noch viel einfacher ist. Denn 1998 bis jetzt ist ja auch schon einige Zeit wiederum vergangen, wo die Rechner ja noch wieder erheblich leistungsfähiger waren. Die Eigenschaften von dem DES ist, dass es insgesamt eine symmetrische Verschlüsselung ist. Das heißt, beide Kommunikationspartner müssen irgendwie diesen Schlüssel ausgetauscht haben und das ist in dem Fall ein 64-Bit-Schlüssel. Wobei die tatsächliche Schlüssellänge sozusagen nur 56-Bits beträgt, denn acht von den Bits der 64-Bits sind Paritätsbits, die halt aus den 56-Bits abgeleitet sind. Die ganze oder sozusagen als weiterer Parameter ist hier nicht nur, dass es ein 64-Bit-Schlüssel ist, sondern es wird auch mit 64-Bit-Eingabe- und Ausgabeblöcken gearbeitet. Und was man jetzt hier findet und was insgesamt auch sehr typisch ist für symmetrische Verschlüsselungsverfahren ist, dass Permutation, Substitution und die Modulo-2-Arithmetik angewendet werden. Also Permutation bedeutet, man vertauscht hier die Stellen, an denen sich gewisse Bits hier befinden. Bei Substitution hat man gewisse Vorschriften, wie Dinge durch andere ersetzt werden. Und Modulo-2-Arithmetik bedeutet insbesondere, dass man hier solche Exklusiv-oder-Operationen durchführt. Und bei diesem Algorithmus ist die Entschlüsselung ganz ähnlich zur Verschlüsselung. Also man wendet nur den Schlüssel dann invers darauf an und auch dieses ist sehr typisch für symmetrische Verschlüsselungsverfahren. So, wir gucken uns das jetzt mal hier im Detail an. Also wir wollen jetzt einen 64-Bit-Block hier verschlüsseln und dann wird am Anfang erstmal eine initiale Permutation durchgeführt, wo die Positionen der einzelnen Bits vertauscht werden. Dieses wird am Ende dann im Übrigen wieder rückgängig gemacht mit einer entsprechenden Inversen. So, dann werden die Bits hier aufgeteilt in eine linke und eine rechte Seite. Und diese linke und rechte Seite ist dann der Input für die erste Runde. Und bei dieser ersten Runde wird ein Rundenschlüssel verwendet, der aus 48 Bits besteht. Dieser Rundenschlüssel ist aus dem allgemeinen Schlüssel, den man hat, abgeleitet. Und es gibt ein spezielles weiteres Verfahren, was aus dem Schlüssel dann die jeweiligen Rundenschlüssel macht. Das habe ich hier aber jetzt nicht dargestellt. Es geht dann so weiter, dass man hier weitere Runden hat, die jeweils wiederum die 2x32 Bit als Eingabe dienen und jeweils andere weitere Rundenschlüssel hier verwendet werden. Und das geht so weiter, bis man schließlich hier 16 Runden durchgeführt hat. Und am Ende der 16. Runde wird dann diese initiale Permutation noch wieder rückgängig gemacht. Und man hält 64 Bits, die jetzt hier verschlüsselt sind. Wir gucken nun mal in die Details der einzelnen Runden hier rein, was dort passiert. Und zwar hat man ja zweimal diese 32 Bit, die auch als linke und rechte Seite bezeichnet werden. Zunächst mal erfolgen die Operationen nur mit dieser rechten Seite. Erstmal wird eine Expansion durchgeführt. Das heißt, gewisse Bits werden hier verdoppelt, sodass man aus den 32 48 Bits dann macht. Danach wird der Rundenschlüssel verwendet und es wird eine XOR, also exklusiv ODA Operation durchgeführt, sodass man dann weiterhin 48 Bits hat. Und nun kommt der Kernpunkt des Verfahrens, die sogenannte Substitution. Ja, und bei dieser Substitution hat man acht sogenannte S-Boxen. Diese S-Boxen enthalten jeweils Vorschriften, wie man aus 6 Bits 4 Bits dann erzeugt. Das heißt, dadurch ergibt sich dann wiederum, dass man hier nur noch 32 Bit hat dann. Also wie die S-Boxen designt werden, also wie genau diese Abbildungen erfolgen sollen, das ist hier ganz wesentlich für die Sicherheit des Verfahrens. Und da wurde erheblich Zeit investiert, um dieses Design sehr gut hinzukriegen. Danach wird eine Permutation durchgeführt. Das heißt, die Bits erhalten andere Positionen, als die, die sie vorher hatten. Und es wird eine XOR Operation durchgeführt, bei dem jetzt zum ersten Mal, wie Sie sehen, hier auch die linke Seite nochmal eingeht in das Verfahren. Und dann am Ende erhält man die neue rechte Seite dann für die nächste Runde des Verfahrens. Zusätzlich ist es so, dass die vorherige rechte Seite, die wird dann ohne Veränderung zur linken Seite für die nächste Iteration. Und ja, jeder dieser 16 Iterationen läuft in gleicher Art und Weise ab, was dann sehr günstig ist für die Hardware-Implementierung dieses Verfahrens. Insgesamt hat man bei dem DES einen sogenannten Lawineneffekt, der hier sehr gewünscht ist. Das heißt, man hat bei nur kleinen Änderungen in der Eingabe schon sehr große Veränderungen bei der Ausgabe. Also wenn man einen Input-Bit ändert, dann ändert das durchschnittlich 50 Prozent aller Output-Bits. Und ja, das ist sozusagen dann sehr günstig, damit man nicht hier bei Verwandten, also wenn man irgendwelche verschlüsselten Dinge hat und die sehen gleich aus, dass man dann oder ähnlich aus, dass man dann sehen kann, dann das war hier der gleiche oder sehr ähnlicher Input, der dazu geführt hat, sondern es soll dann keine Beziehung geben zwischen Input und Output dann. Beim DES gibt es wenige schwache Schlüssel, insbesondere hier diese Fälle hier, wo dann die zweimalige Anwendung wiederum das gleiche nochmal ergibt. Aber diese zehn Schlüssel, die kann man sehr leicht vermeiden. Der DES-Algorithmus insgesamt gehört zu einer größeren Klasse von Algorithmen, den sogenannten Feistel-Chiffren. Die sind benannt nach einem IBM-Mitarbeiter, der bei IBM an dem DES arbeitete. Und ja, weil insgesamt das, also sozusagen diese Entwicklung des DES sehr stark von IBM auch mit beeinflusst wurde und auch etwas von der NSE. Wobei sich ja halt herausgestellt hat, dass es offensichtlich keine wesentliche Abschwächung des DES-Algorithmus gab. Die einzige Diskussion war dann, ob die Schlüssellänge mit diesen 56 Bits nicht dann auch schon damals Möglichkeiten für Angriffe bot, wo man einfach alle Schlüssel durchprobieren kann. Ja, nun zurück zu diesen Feistel-Chiffren. Also diese Klasse von Algorithmen zeichnet sich dadurch aus, dass das symmetrische Block-Chiffren sind und dass man da die Eingabe jeweils in zwei Teile teilt, dass das Verfahren aus einer gewissen Anzahl von Runden besteht, bei der jede Runde im Prinzip gleich abläuft, aber man unterschiedliche Schlüssel für jede Runde hat und dabei eine Funktion vorkommt, die nicht rückgängig zu machen ist. Also bei diesen S-Boxen war es ja so, wenn ich jetzt 6 Bits auf 4 Bits abbilde, dann geht ja quasi Information verloren. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon ein Schritt, der nicht reversibel ist dann. Und ja, man hat immer bei diesen Verfahren abwechselnde Permutationen und Substitutionen, die führen dann zur Konfusion und Diffusion. Also Konfusion bedeutet halt, dass man keine Beziehung hat zwischen Input und Output und Diffusion bedeutet das, dass man halt, wenn man nur eine kleine Änderung hat, dass es bei der Eingabe, dass es dann schon eine sehr große Änderung bei der Ausgabe dann gibt. Ja, also diese Iterationen und auch das eng verwandte Fair- und Entschlüsseln führt bei diesem Verfahren zu einer preiswerten Hardware-Implementierung. Ja, wie schon erwähnt, ist das DES heutzutage unsicher wegen der kurzen Schlüssellänge und daher war dann die Idee, DES mehrfach anzuwenden, aber mit unterschiedlichen Schlüsseln. Und das führt dann zum sogenannten Triple DES. Also das heißt, man verwendet einmal DES mit einem Schlüssel, wendet dann das Inverse von dem DES an, aber mit einem anderen Schlüssel und dann nochmal DES mit einem dritten Schlüssel zum Verschlüsseln. Und ja, die Schlüssellänge ist ja dann, könnte als ausgerechnetes, wäre das ja 3 mal 56, also sprich 168 Bits, aber es gibt hier eine Angriffsmöglichkeit, den sogenannten Meet-in-the-Mittel-Angriff, sodass die effektive Schlüssellänge hier nur 112 Bits beträgt dann. Okay, insgesamt ist das DES ja eine Blockchiffre dann. Also Blockchiffre bedeutet, hier hat man eine Eingabe in bestimmter Blocklänge, zum Beispiel 64 oder 128 Bit. Und ja, die Nachricht, die wird sozusagen, also die Nachricht, die man hat, die ist ja oftmals deutlich länger als diese Blöcke, die wird halt in Blöcke dieser Länge entsprechend aufgeteilt und ja, wenn der letzte Block dann, was in vielen Fällen der Fall sein wird, nicht ganz voll ist, dann wird er mit weiteren Zufalls-Bits aufgefüllt, dass er auch diese notwendige Länge erhält und ja, und dann werden diese einzelnen Blöcke verschlüsselt und der Geheimtext gibt sozusagen die Hintereinanderhängung dieser verschlüsselten Blöcke. Dabei gibt es jetzt noch zwei generelle Anwendungsmöglichkeiten, den Electronic Codebook-Mode oder den Cypher-Block-Chaining. Also beim Electronic Codebook-Mode, da ist es so, man nimmt einfach einen Klartext-Block, verschlüsselt den mit dem Schlüssel hier und ja, und dann hat man als Schlussfolgerung dann das, dass wenn man den gleichen Klartext hat und hat den so verschlüsselt, dann ergibt der auch den gleichen verschlüsselten Text dann. Das ist allerdings ungünstig, denn einige Angriffsmöglichkeiten ergeben sich daraus. Also wenn solche Daten in das Netz geschickt werden, dann können Teile verändert werden. Man kann gelöscht werden oder wieder eingespielt werden und was nicht offensichtlich ist. Also sozusagen man kann Dinge hier zum Beispiel verdoppeln, man kann den Block doppelt hintereinander bringen und ergebe jeweils dann einen sinnvollen Klartext da. Oder man kann auch Datenverkehr aufzeichnen und spielt den später nochmal ab. Auch das würde bei der Entschlüsselung wiederum einen gültigen Textblock ergeben dann. Und auch vielleicht kann man auch, auch wenn man trotzdem dadurch ja nicht den Klartext hat, kann man aber durch gewisse statistische Eigenschaften Schlussfolgerungen auf den Klartext ziehen. Zum Beispiel, wenn manche Meldungen öfters dann kommen, dann hat man vielleicht schon eine Idee, was es dabei geht. Ja, das Ganze ist relativ einfach zu machen, aber halt nur sinnvoll für kurze Nachrichten, bei denen dann diese Angriffsmöglichkeiten nicht so stark bestehen. Eine bessere Möglichkeit ist es, das Cypher-Block-Chaining zu verwenden. Das heißt, ich nehme solche Klartextblöcke, aber vor der Verschlüsselung nehme ich den vorherigen Geheimtextblock und verknüpfe den mit XOR mit dem aktuellen Klartextblock und verschlüssel das Ganze dann. Das heißt, man hat dann eine Beziehung zwischen den Blöcken und so ergeben dann die gleichen Klartexte, aber unterschiedliche Geheimtexte. Man muss jetzt bei diesem Verfahren zusätzlich einen Initialisierungsvektor haben, den man irgendwie festlegen muss. Und ja, aber man hat generell dann halt hier die Schwachpunkte des Electronic Codebook-Modes vermieden. Allerdings hat man sich einen Nachteil hier bei eingekauft, dass man keinen wahlfreien Zugriff hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie Klartext, also Geheimtextblock Nummer 16 entschlüsseln möchte, dann muss ich alle 15 Geheimtextblöcke vorher schon entschlüsseln, um diesen auch entschlüsseln zu können. Das kann eventuell zeitaufwendig sein. Und sollte jetzt ein nicht erkannter Bitfehler bei der Übertragung entstehen, dann ist es halt auch so, dass die nachfolgenden verschlüsselten Blöcke dann nicht wieder erfolgreich entschlüsselt werden können.